meine fresse bin ich motiviert so willkommen zurück zu cliff barkers andy ich mach nochmal den verfickten hurenboss ist eigentlich relativ einfach man muss den wirklich mit so einer verfickten scheiß kombo weg nuken einmal unten einmal oben einmal unten einmal oben manchmal geht's warum klappt das wieder nicht ordentlich das ist ein scheiß drecks game nix funktioniert ordentlich dieses game sind wir jetzt am ende endlich meine fucking güte du oh where am i yo it can't be i'm not done with you yet oh we are telling where that gilzabar stone disappeared to into a bottomless ocean or an eerie phantasm of sorts i drifted out to see it took months to finally get me strength back i think i finally have some idea of what went on the beast i slayed manipulated the covenant family the same way jeremiah did to me it called for him and he called for me the creature was a guardian a sentinel of a gate to somewhere some when the celtic warrior was just a sacrificial lid on a tomb that was never supposed to be open oh sure i've tried to convince myself that it's all over now the terror the battles i've got to get away and rest where no one will find me you see i looked into the brotherhood of saint george and i found other monastery scattered all over the world and other gates too watched by other guards no doubt about the only thing i fear anymore is that they'll call on me again again so das war cliff baugers andregen auf dem höchsten schwierigkeitsgrad bitte ich bin am überlegen was jetzt mit der cd machen soll ich habe ja die original cd hülle und alles ich vermute das beste wäre es alles zu verbrennen um die bösen geister zu vertreiben und die um die welt auch zu einem besseren ort zu machen also mit dem scheiß drecks game bin ich durch das game kann mir die perle lutschen fick dieses game auch gerne könnt ihr das video teilen unter dem hashtag fick dieses game ich bin so durch mit dem rotz es ist schlecht gealtert ohne scheiß also gut gestartet mit vielen nostalgischen gefühlen und ja am ende war war es nix mehr ne jo also kine und darlings macht's da mal gut nicht wenn wir sehen uns vielleicht in final fantasy 14 mach's mal gut ne